Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeway Add-On Spitterberg Version 4 und fahren heute die Linie 21, genauer gesagt die Rücktour der Linie 21, hier von der Konzerthalle wieder zurück zum Hafen. Und das Ganze machen wir auch dieses Mal mit einem U405G aus dem gleichnamigen Payway Add-On. In dem Falle hat dieser noch zusätzlich die ZF-Modifikation aus der Webdisk erhalten. Repaint mäßig habe ich mich beim Regionalverkehr aus Zwickau bedient. So und da wir kurz und knapp sind, würde ich sagen, wir gehen in das gute Stück und machen selbiges an. So, dann machen wir uns noch die Pfeile dazu an. Halt, das war die falsche Taste, die Taste wollte ich drücken. So, wir haben nämlich noch ganz wenig Platz und müssen erst von der Pausenhalte stelle, wo wir eigentlich stehen, zum Start fahren. Und genau das machen wir jetzt. So, da kommt gerade nichts. Und hier müssen wir schön ausholen. Hier ist, wie gesagt, der Terminus. Und wir müssen aber zum Start. Der ist nämlich hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das sind aber gleich viele Leute, die wieder mit uns zurück wollen. Hallo. Kalt ist es nicht. Es wird gleich warm. Sechs Euro, bitte. Oh, das war ein bisschen viel. Hallo. das sind glaube ich nur 70 so alle drin dann fahren wir jetzt auch los was wird denn jetzt wieder hallo Leute oh da bin ich wohl mit dem Heck am Schild hängen geblieben sorry dafür das war so nicht geplant also geht's weiter ne geplant war es nicht herangefahren bin ich trotzdem so dann hoffe ich mal dass wir hier schön rausfahren können Stop Schild beachten wir da ist Platz und da ist nicht wirklich Platz so weiter kommt noch ein Kollege halten wir aber in die Richtung gucken noch ist Platz noch dem Weißen Hubertus Gasse noch ein paar Mal weiter geht's grab'e ver tsch du tsch ruht So, dann bitteschön, hallo. Wollen dann doch nicht alle aussteigen? Na gut, okay. Dann ist es so. Dann fahren wir auch weiter. Ich hatte gedacht, da wollen noch mehr raus. Ab jetzt versuchen wir vernünftiger zu fahren. So, dann fahren wir. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, komm, Kräuter gegen Kollege. Noch einer. Ach nee, das war ja vorhin bestimmt eine 16, die wir gesehen haben. Im Video habe ich es. Ich kann hier nochmal zurückspulen. Und dann, nee, nicht zurückspulen kann ich nicht. Aber ich kann mir es dann später angucken. Ihr könnt hier nochmal zurückspulen. Radnitzgasse. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. So. Bekommen wir auch gleich grün. Dankeschön. Hölpitzer Straße. Umsteigemöglichkeit zur Linie 20 in Richtung Busbahnhof Öfterstedt. Da müsst ihr nicht einmal umsteigen. Ihr könnt, glaube ich, sitzen bleiben. Ihr kommt direkt dort dran vorbei. Keiner? Gut. Dann geht's weiter. So, wie war das? Bei Rot darf ich auch die grüne Anbindung nutzen. War das so hier? Ja, ich glaube, das war's ja. Dann machen wir das auch. So, wir müssen am Bus mal aufpassen. Wir müssen dann mal rechts rein. Reitergasse. Umsteigemöglichkeit zur Linie 16 sowie zur Linie 20 in Richtung Mülheimsberg. Ui, wir müssen ein bisschen auf der Spur bleiben, Jan. Die wollen auch nicht mit uns mit. Aber ich halte trotzdem mal an. So. Keiner. Na dann... Fahr ich weiter. Jawohl. Normalerweise würden wir jetzt hier rechts reinfahren. Und gerade als Durchfahren, da da Baustelle ist, müssen wir um Leitung fahren. Schubertgasse. Bitte beachten Sie die baustellenbedingte Verlegung der Haltestelle. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, hier müssen wir natürlich ein wenig vernünftiger fahren. Weil uns hier möglicherweise Gegenverkehr entgegen kommen kann. Und die parkenden Autos sollten wir noch Möglichkeit in Ruhe lassen. Aber die wollen wieder mit uns mitfahren. Das finde ich schön. So, nicht ganz so weit vor. Hallo. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die KI hier verhält. Pff. Robert-Enkel-Siedlung. Da ist Platz. Wir fahren trotzdem einen schönen großen Bogen. Hallo. Hi. Wenn euch ein bisschen beeilt, schaffen wir es vielleicht noch bei dem Grün. Oh, das wird knäpplig. Oh, es ist noch grün. So, dann einmal hier schön rüber. Und schön so. Na, das sieht doch gut aus. So, diesmal müssen wir nicht über den Fußweg fahren. So, jetzt fahren wir wieder langsam. Hier rum. Achtung, Schilder. Die haben es immer etwas in sich. Ja, haben wir hingekriegt. Sehr schön. So, müssen wir das fahren. Hallo. Du möchtest keine Fahrkarte haben. Ich hatte jetzt gedacht, du möchtest eine Fahrkarte haben. Hallo. So, wie sieht es denn zeittechnisch aus? So, wir haben ein bisschen Verspätung. Es ist gerade grün. Und von hinten ist... frei. Möchtest du eventuell mit? Nein. Dann nicht. Du lässt mich doch bitte raus, Kollege Benz. Danke. Ich muss nämlich hier ein wenig ausholen, dass ich hier schön rumkomme. Jawohl, ausholen ist gut. Hier ist genügend Platz. Hallo, Kollege. Fährst du gerade los? Ich habe leider nicht nach der Liniennummer geschaut. Hallo. Ein Kurzstrecken-Ticket. Ein Kurzstrecken-Ticket. Das sind... 1,25, wenn ich es richtig gesehen habe. Zwei. Danke. Bitteschön. So, wie sieht es denn... Och ne. Geht noch ein bisschen was rein, ne? Hier und zu. Wann-Raymond-Straße. Wann-Raymond-Straße. So, dann kommt rein, dass der Bus voll werde. Hallo. Hallo. Kreisverkehr. Fahrt ihr alle raus? Nein, ihr fahrt nicht alle raus. So. Schauen wir doch mal. Schön rein fahren. Außen lang fahren. Schön außen lang. Und dann blinken. Na, man merkt das ganz schön voll aus. Sehr träge. Oder ich gebe zu wenig Gas. Eins von beiden wird es wohl sein. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich am Hafen. Aber es ist immer noch kein Haushaltigwunsch. Hallo. Tageskarte, bitte. Tageskarte sind 6 Euro, bitte. So. So. Danke. Noch eine Fahrkarte gewünscht. Nein. So. Es ist eh gerade rot. Da können wir ranrollen an die Ampel. Richtig schön in Ruhe. So viel Platz ist gar nicht. Die Ampel rockt weit rüber. So. Ja. Habe ich doch richtig gesehen. Oh, ich stehe fast voll auf dem Gas hier und es geht kaum was los. Hafenzufahrtsstraße. Häne. So. So, klicken wir uns noch mal durch. Ja, jetzt wird er langsam voll der Gute. Obwohl, es sind immer noch genügend Plätze frei. So, jetzt kommen wir wieder zur Kreisverkehr. Jetzt kommt der Haltewunsch. Aber das ist ja auch für der letzten Haltestelle. So, dich warte ich mal ab. Meint, der richtig so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht, die du machen kannst. So, wir müssen hier gucken. Hier sind nämlich ganz schöne Ecken drin. Ich befürchte, die Ecke da hinten werden wir mitnehmen. Jawohl. So, einmal wieder rum. Und einmal wieder so rum. Halt. Die Lampe nehmen wir nicht mit. So, und das Ganze gleich noch mal. So, rum. So rum. Ja, wieder die Ecke mitgenommen. Und jetzt haben wir mehr Platz zum Reinschwenken. Jawohl. So, und jetzt müssen wir ganz außen lang fahren. So, dass wir hier schön rumkommen. Weil da hinten ist nämlich auch nicht wirklich Platz. So, und dann fahren wir jetzt aber schön bis vor. So, dann bitteschön einmal aussteigen. Eine Minute 52 sind wir zu spät. Und wir haben noch fünf Minuten, bis wir wieder zurück müssen. So, dann macht euch mal raus hier. So, ist aber ordentlich Leute, was hier an den Hafen wollte. So, wir schwenken nochmal. Wir gucken diesmal in diese Richtung. Ja. So, das war jetzt die Rücktour der Linie 21 von der Konzerthalle. Wieder hierher zum Hafen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ihr seid dann auch im nächsten Video wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich erst einmal. Tschüss.